Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Frederik Erpenbach und heute möchte ich mit dir darüber sprechen, ob du als Personalberater besser mit Freelancern arbeitest oder ein Team aus festangestellten Mitarbeitern aufbaust. Häufig erreicht uns mit unseren Klienten die Frage, ob man besser auf Selbstständige setzt, die einem zwischendurch mal zur Hand gehen, also beispielsweise im Research, wenn es um die Kandidatensuche geht oder ob man besser Mitarbeiter einstellt. Und da gibt es einige Mythen und Denkfehler, die ich heute aufdecken möchte. Zuerst einmal, was ist ein Freelancer überhaupt bzw. was macht einen Mitarbeiter aus? Ein Freelancer ist eine Person, die auf eigene Rechnung, also frei gewisse Aufgaben für dich erledigt, das Ganze spontan auch sozusagen macht und nicht dauerhaft mit dir arbeitet, sondern eben von Projekt zu Projekt. Das Ganze läuft auch nur stundenweise beispielsweise oder tagesweise, nicht so, dass du Monate oder Jahre lang mit der Person rechnen kannst. Freie Researcher bzw. Freelancer sind sehr, sehr üblich in der Personalberatungsbranche. Das ist also absolut normal, dass viele Unternehmen das machen. Kurz im Vergleich dazu, ein fester Mitarbeiter ist, wie der Name schon sagt, er hat fest angestellt bei dir, bezieht ein fixes Gehalt und erledigt dafür die gesamte Arbeitszeit, die ihm zur Verfügung steht, also im Normalfall acht Stunden pro Tag an circa 20 Werktagen im Monat, verschiedene Arbeiten für dich in deinem Unternehmen. Vorab, ich kann dir jetzt schon sagen, dass wir unseren Klienten immer dringendst empfehlen, nicht mit Freelancern zu arbeiten. Und dafür gibt es im Wesentlichen drei wichtige Gründe. Erstens, du hast wenig bis gar keine Kontrolle, was ein Freelancer überhaupt genau für dich macht. In der Regel arbeiten Freelancer von sich zu Hause aus, irgendwo am Küchentisch beispielsweise oder im Coworking Space, vielleicht aber auch irgendwo am Strand und du bekommst das gar nicht mit. Es kann sogar passieren, dass der Freelancer, mit dem du arbeitest, die ganzen Aufgaben nimmt und einem anderen Freelancer übergibt für etwas weniger Geld und du das Ganze gar nicht mitbekommst. Du hast also zu wenig Kontrolle und weißt gar nicht genau, was überhaupt passiert. Insbesondere in der Branche, in der du dich bewegst, in der du mit sehr sensiblen Daten arbeitest, kann das fatale Konsequenzen für dich haben. Der zweite Nachteil in der Arbeit mit Freelancern ist, dass sie dir schlichtweg zu wenig Zeit zur Verfügung stellen. Freelancer sind Freelancer, weil sie verschiedene kleine Projekte machen möchten, um in der Regel einen spannenderen Alltag aus ihrer Sicht sozusagen zu haben oder auch sich nicht zu sehr binden zu müssen an jemanden. Und das bedeutet, dass du beispielsweise 10, 20 oder 30 Stunden bei jemandem einkaufen kannst, aber eben nicht die vollen 160 Stunden eines festangestellten Mitarbeiters, wie du es stattdessen haben könntest. Letztendlich gibt es keinen Grund, weshalb du dich als ambitionierter Unternehmer mit wenigen Stunden pro Monat Arbeitskraft zufrieden geben solltest, wenn du genauso jemanden einstellen könntest, der einfach total motiviert ist und seine gesamten Ressourcen, seine gesamte Kraft für dein Unternehmen, für deine Mission zur Verfügung stellt. Der dritte große Nachteil in der Arbeit mit Freelancern ist, dass sie in der Regel nicht so motiviert sind wie festangestellte Mitarbeiter. Du bist für sie natürlich einfach nur eins von mehreren Projekten. Das heißt, genau so wirst du behandelt. Und wenn mal was nicht so läuft, dann interessiert das die Person einfach nicht so sehr, wie wenn man selber tagtäglich für die Mission kämpft sozusagen und natürlich auch genau denselben Erfolg haben möchte. Wenn ein Freelancer keine Lust mehr hat auf dein Projekt, dann lässt er es einfach sein oder die Arbeit wird vielleicht schleifen gelassen und im schlimmsten Fall musst du mit schlechter Qualität rechnen. Zusammengefasst sorgen diese Nachteile bei Freelancern dafür, dass dein Unternehmen nicht skalierfähig aufgestellt wird. Das heißt, dass du keine Prozesse etablierst, mit denen du nachhaltig wachsen kannst, sondern du machst dich abhängig von einzelnen Personen, die letztendlich zu viel Einfluss auf dein Unternehmen und deinen Erfolg haben. Festangestellte Mitarbeiter dagegen bringen drei entscheidende Vorteile für dein Unternehmen mit sich. Erstens, festangestellte Mitarbeiter bringen natürlich eine ganz andere Motivation mit sich. Die Person hat ein Ziel, einen Hauptfokus im Arbeitsleben und möchte da natürlich im besten Fall, wenn der Job passt und die Person passt, das ist vorausgesetzt, da Vollgas geben an dieser Stelle. Du kannst also davon ausgehen, dass ein ganz anderes Interesse herrscht, dass dein Unternehmen wirklich erfolgreich wird. Der zweite Grund, weswegen wir festangestellte Mitarbeiter für deine Skalierung empfehlen, ist, dass du viel mehr Kraft in deinem Unternehmen aufbaust, wenn Leute in Vollzeit, also acht Stunden pro Tag, für dich arbeiten. Es gibt, wie eben schon gesagt, keinen Grund, weswegen du weniger Arbeitskraft akzeptieren solltest, wenn es doch so viele Menschen gibt, die potenziell auf der Suche nach einem sinnstiftenden, schönen, guten Job in einer guten Atmosphäre sind. Setzt also doch lieber auf die Personen, die motiviert sind und auch gerne den ganzen Tag ihre Arbeitskraft für dein Unternehmen, für dein Ziel und auch für sich selbst, für ihre eigene Weiterentwicklung investieren möchten. Und der dritte wichtige Grund für ein festangestelltes Team, für feste Mitarbeiter ist, dass loyale Mitarbeiter natürlich auch ganz klar deine Prozesse ausführen. Während ein Freelancer häufig sagt, ich benutze jetzt diese Software hier oder ich mache das in meinem eigenen Tempo oder ich habe das schon immer so und so gemacht, kannst du bei festen Mitarbeitern einen ganz klaren Prozess skizzieren, den vorgeben, vormachen, schulen und dann natürlich auch kontrollieren, dass es genauso ausgeführt wird, wie du es dir vorstellst. Natürlich musst du als Inhaber auch offen für Weiterentwicklung, für Innovationen sein. Grundsätzlich bist du aber die Person, die die Regeln aufstellt und auch natürlich vorgibt, wie eine Aufgabe ausgeführt werden muss. Das heißt, du hast auch an dieser Stelle hier deutlich mehr Kontrolle und weißt einfach ganz genau, was in deinem Unternehmen passiert. Wenn du dich jetzt fragst, ob du besser mit Freelancern oder mit festen Mitarbeitern arbeiten solltest, gehen dir wahrscheinlich eine oder mehrere ganz typische Sorgen und Fragen durch den Kopf. Die erste große Sorge ist, dass Mitarbeiter lange nicht so gut sein können wie du in dem, was du selber natürlich gemacht hast. Und das ist schon der allererste große Denkfehler bei dem Ganzen. Du brauchst keinen Klon von dir, das ist gar nicht erstrebenswert, sondern du brauchst eine Person, die motiviert ist und in der Lage ist, deine Prozesse, die du vorgibst, auszuführen. Bedeutet, ein Mitarbeiter übernimmt ja nicht alle Aufgaben, die du als Geschäftsführer bisher übernommen hast, sondern nur einen kleinen Teil davon. Ein Beispiel, du hast natürlich in der Führung verschiedenste Aufgaben. Du musst Kunden akquirieren, du musst Kandidaten qualifizieren und akquirieren, du musst deine E-Mails managen, du musst dein Büro instand halten und so weiter. Und wenn jetzt ein Mitarbeiter im Bereich Research für dich arbeitet, dann findet dieser ganze Aufgabenbereich natürlich nur in einem Spektrum aller Aufgaben statt. Du solltest also gar nicht erwarten, dass eine Person alles, was es zu tun gibt, überhaupt ausführen sollte. Das führt wiederum dazu, dass die Person, wenn sie einen sehr überschaubaren Aufgabenbereich übernimmt, natürlich viel, viel spezialisierter an die ganze Sache rangeht. Überleg mal, wenn du eine Sache den ganzen Tag über Wochen und Monate ausführst, dann wirst du natürlich richtig gut in dem Ganzen. Und ein kleiner Hinweis hier an der Stelle, wir sehen es immer wieder, dass Mitarbeiter schnell, also innerhalb von wenigen Wochen, viel, viel besser werden als die Inhaber des ganzen Geschäfts, weil sie eben spezialisiert an die Sache rangehen. Zu glauben, dass du als Inhaber also immer die allerbeste Arbeitskraft bist, ist ein großer Trugschluss. Es ist genau andersrum. Du solltest Leute aufbauen und so weiterentwickeln, dass sie viel besser werden als du. Außerdem ist es aus meiner persönlichen Sicht ein sehr großes Ego-Problem, wenn du davon ausgehst, dass du immer alles besser weißt. Natürlich bist du gut in dem, was du tust, aber wahrscheinlich nicht für immer der allerbeste. Die zweite große Sorge, die Inhaber von Personalberatungen häufig haben, bevor sie Mitarbeiter einstellen, ist die Frage, ob sich Mitarbeiter überhaupt lohnen finanziell, ob das nicht ganz, das Ganze zu viel kostet. Und grundsätzlich musst du dir natürlich schon im Klaren darüber sein, dass du hier eine sehr große Verantwortung übernimmst. Du bist jetzt nicht nur für dein Leben, für deine Existenz verantwortlich, sondern auch für andere Menschen und für deren Familien. Das muss dir klar sein. Auf der anderen Seite ist es aber so, dass wenn du einen klaren Prozess hast, wenn du klare Aufgaben in deinem Unternehmen hast, die ausgeführt werden und Geld bringen, also beispielsweise Kunden akquirieren oder Kandidaten finden, Kandidaten vorstellen, Interviews führen, Assistenzarbeiten übernehmen und so weiter, dass dir diese Mitarbeiter natürlich ein Vielfaches des Gehalts zurückbringen. Und wenn beispielsweise 2.000 bis 3.000 Euro investiert werden und du daraus aber 10.000, 20.000, 30.000 Euro mehr Umsatz machen kannst, dann ist diese Frage nach den Kosten zwar berechtigt, aber meistens nur eine erste, kurze, ganz normale Hürde, die man einmal kurz durchdenken muss, bevor man versteht, dass das Ganze super profitabel ist. Du solltest also auf gar keinen Fall denken, dass Mitarbeiter teuer sind, sondern dich eher fragen, wie hoch der Return ist, also wie viel Geld dein Unternehmen zusätzlich erwirtschaften kann, weil der neue Mitarbeiter gewisse Aufgaben für dich übernimmt. Nicht immer muss ein Mitarbeiter auch Geld bringen. Es reicht auch schon, wenn er dir als Inhaber einfach so viel Zeit spart, dass du in dieser Zeit deutlich mehr Geld umsetzen kannst. Wenn du also jeden Tag zum Beispiel 2 oder 3 Stunden mehr Zeit zur Verfügung hast, in denen du aktiv Geld verdienen kannst, dann hat sich das Ganze schon sehr schnell für dich gelohnt. Möglicherweise hast du aber auch die Sorge, dass du einen Mitarbeiter gar nicht 8 Stunden lang am Tag auslasten könntest. Das ist auch ganz normal, weil wenn du aktuell vielleicht noch alleine bist oder nur ein sehr kleines Team führst, denkst du, was gibt es hier überhaupt alles noch zu tun, was jetzt eine andere Person den ganzen Tag machen könnte. Und auch dieser Gedanke ist total nachvollziehbar. Es ist natürlich so, dass du jetzt gerade, wie ich vorhin schon gesagt habe, viele verschiedene einzelne kleine Bereiche übernimmst. Wenn du aber wächst, also wenn du dir vorstellst, dass du beispielsweise 5-mal oder 10-mal mehr Umsatz machst, dann hast du natürlich auch in den einzelnen Bereichen viel mehr zu tun. Es macht einen sehr großen Unterschied, ob du beispielsweise 4 Rechnungen im Monat schreibst oder 40 Rechnungen. oder ob du 5 neue Kunden onboardest jede Woche oder 50 Stück. Und dementsprechend solltest du auch damit rechnen, dass dein Mitarbeiter, wenn er bei dir ins Unternehmen reinkommt, immer genug Aufgaben hat. Ich habe noch nie gesehen in der Arbeit mit über 100 Personalberatungen, dass Mitarbeiter eingestellt wurden und nicht genug Arbeit da ist. Das ist ein Trugschluss und du solltest an dieser Stelle einfach darauf vertrauen, dass all die Arbeit, die in deinem Unternehmen und aber auch letztendlich in der Wirtschaft vorhanden ist, die ausgeführt werden muss, genug bietet, um die Zeit sinnvoll investieren zu können. Es wird nicht passieren, dass dein Mitarbeiter einfach da rumsitzt, Däumchen dreht und nicht weiß, was zu tun ist. Jetzt stellst du dir vielleicht die Frage, wann überhaupt der richtige Zeitpunkt ist, um die ersten Mitarbeiter in dein Team, in dein Unternehmen reinzuholen. Wir empfehlen unseren Klienten grundsätzlich ab einem Monatsumsatz von 10.000 Euro die ersten Mitarbeiter einzustellen. Du solltest diese Grenze von 10.000 Euro netto pro Monat mindestens mal drei, vier Monate auch erreicht haben, damit du sowohl finanziell gut dastehst, als auch die nötigen Prozesse und den Bedarf in deinem Unternehmen überhaupt hast. Wenn du bereits erfolgreich die ersten Mandanten akquiriert hast, auch schon Kandidaten vorgestellt und erfolgreich platziert hast und auch schon weißt, wie überhaupt dein Geschäft grundsätzlich abläuft, sprich, wenn deine Wertschöpfungskette zum ersten Mal wirklich ans Laufen gekommen ist, dann ist es Zeit für den ersten Mitarbeiter. Natürlich solltest du auch selber schon ausgelastet sein, also im Idealfall acht bis zehn Stunden eine gewisse Zeit gearbeitet haben, damit es überhaupt einen guten Grund, also einen Bedarf nach mehr Arbeitskraft gibt. Bevor du den ersten Mitarbeiter reinholst, musst du natürlich auch eine ganz genaue Stellenbeschreibung haben, also eine Erwartungshaltung mit Aufgaben, die du eben dieser Person übertragen möchtest. Also, wenn du jetzt aktuell in der Situation bist, dass du schon erfolgreich wirtschaftest, du aber teilweise noch mit Freelancern arbeitest oder du dir noch nicht sicher bist, in welcher Reihenfolge du wie welche Mitarbeiter einstellen solltest, du überarbeitet bist teilweise und wachsen möchtest, dann bist du hier bei uns genau richtig. Wir können dir dabei helfen, ein loyales, festes Team für dein Unternehmen aufzubauen. Alles, was du dafür jetzt tun musst, ist auf www.erpenbach.de zu gehen und dir ein kostenfreies Erstgespräch zu buchen. Einer unserer Experten wird sich dann Zeit für dich nehmen, deine aktuelle Situation analysieren, rausfinden, wo du gerade stehst und wo du hin möchtest und die nächsten Schritte mit dir diskutieren. Wir werden dann gemeinsam eine feste Strategie, die du mit uns umsetzen kannst, entwerfen. In dieser Strategie ist auch enthalten, wie du erfolgreich Mitarbeiter rekrutierst, ausbildest und dann so weiterentwickelst, dass du mehr Freizeit hast, weniger Stress in deinem Leben und dein Unternehmen deutlich mehr Umsatz erwirtschaften kann. Also, ich freue mich darauf, dich kennenzulernen. Mein Name ist Frederik Erpenbach und wir sehen uns.